Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, was die Lifeline, vor allem die Menschen, auf diesem Schiff in den letzten Tagen erleben mussten, ist in so vielen Punkten unwürdig und beschämend. Man kann es nicht zusammenfassen. Sechs Tage unter schlimmsten Bedingungen, einfach nur, weil Europa sich nicht einigen konnte, wer zuständig ist. Die Seenotrettungsleitstelle in Rom sagt, es ist die Leitstelle in Libyen. Die libysche Leitstelle sagt, ja, wir sind zuständig und meldet sich dann drei Tage nicht, auf Nachfragen auch nicht. Sechs Tage, wo Menschen unter schlimmsten Bedingungen dicht gedrängt und dann zum Teil auch noch im Unwetter darauf warten mussten, dass endlich jemand die Courage hat zu sagen, wir nehmen auf. Die Lifeline ist jetzt in diesem Moment wieder unterwegs, zurück nach Malta. Sie hat die Einfuhrerlaubnis bekommen. Ich möchte ausdrücklich hier an dieser Stelle auch im Namen meiner Fraktion, der Crew, der Besatzung dieses Schiffes danken dafür, dass sie es geschafft hat, in einer solchen Situation Menschenleben zu schützen, dafür zu sorgen, dass niemand über Bord geht und dass niemand sein Leben verliert. Wir hoffen wirklich, dass sie sicher im Hafen von Malta ankommen. Wir sind auch dankbar für die Solidarität und die Aufnahmebereitschaft der anderen europäischen Staaten, dankbar dafür, dass sie, wenn auch spät, sich entschieden haben, hier eine gemeinsame europäische Lösung zu finden. Aber muss eben auch klar sagen, das ist nicht Ihr Verdienst, Herr Seehofer. Vielen Dank, dass Sie jetzt da sind. Das ist nicht Ihren Verdienst. Im Gegenteil, Sie haben die Lösung verzögert und durch eine deutsche Verweigerungshaltung über Tage damit auch die Sicherheit von Menschen aufs Spiel gesetzt. Sie haben auch einmal mehr bewiesen, dass Sie nicht an einer europäischen Lösung interessiert sind. Denn jetzt, genau in dieser Sekunde, hätten Sie zeigen können, dass Sie dazu fähig sind, mit anderen Staaten zu kooperieren. Aber das haben Sie nicht getan. Ihnen war es wichtiger, vermutlich die Kanzlerin zu schwächen für genau dieses Anliegen, das sie nämlich hat und in den nächsten Tagen auf einem EU-Gipfel verhandeln muss. Die gemeinsame europäische Asylpolitik. Und ich sage noch einmal ausdrücklich, Sie müssen aufhören mit diesem Streit. Sie müssen aufhören, sich über diese Frage zu zerlegen. Denn es gefährdet das Leben von Menschen. Und es verhindert eine gemeinsame europäische Lösung in der Asylpolitik. Und was mir wirklich immer wieder auffällt, ja, Herr Seehofer, Sie sind eben Bundesminister, Bundesinnenminister, der die Interessen der Bundesrepublik vertreten muss. Sie sind nicht der Wahlkampfmanager der CSU. Sie sind verantwortlich für die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin dankbar und froh, dass aus den Bundesländern die Courage kam, die humanitäre Geste und das wirkliche europäische Verhalten. Ich bin den ausdrücklich den Ländern dafür dankbar. Als Begründung für Ihre Untätigkeit, ja, sagen Sie unter anderem, dass Sie keinen Präzedenzfall schaffen wollen. Und ich frage mich wirklich, wo waren Sie eigentlich die letzten Jahre, als nicht nur, aber auch zivile Seenotretter Tausende von Menschen vor dem Ertrinken bewahrt haben und sie immer in europäische Häfen einlaufen durften. Von welchem Präzedenzfall sprechen Sie hier? Wenn, dann ist der ganze Vorgang rund um die Lifeline ein Präzedenzfall für eine europäische Verteilung, an der die Bundesrepublik Deutschland wegen Horst Seehofer eben nicht teilgenommen hat. Und nochmal zu dem Argument, die zivile Seenotrettung sei Schlepperei und Beihilfe zur illegalen Einreise. Das hört man ja immer wieder von Teilen der Bundesregierung, aber auch den Kolleginnen und Kollegen der Union. Wenn der ehemalige Außenminister von KZ-ähnlichen Zuständen in Libyen spricht, wenn man sich die Geschichte der Geflüchteten aus Libyen anhört, ja, die massive Gewalt, die sie erlebt haben, wenn man weiß, dass es über 2.000 bewaffnete Milizen im Land gibt, eine Küstenwache, die sich ebenfalls an menschenrechtsverachtenden Agitationen gegen Menschen beteiligt, dann können Sie doch nicht ernsthaft sagen, dass es in Libyen, dass es sich in Tripolis um einen sicheren Hafen handelt. Und Sie können auch nicht verantworten, dass ein ziviles Schiff in diesen Hafen anlegt. Und Herr Frey, ja, wir retten auch Menschen die Küstenwache in Libyen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass in den letzten zwei Wochen so viele Leichen in Libyen angespült wurden wie noch nie zuvor. Das gehört auch zu dieser Wahrheit dazu. Und es lässt auch Rückschlüsse auf die Seenotrettungspolitik der libyschen Küstenwache zu. Ich frage wirklich, wollen Sie verantworten, ja, oder sagen Sie wirklich, das ist Ihre Lösung. Wir wollen, dass die Schiffe in sichere Hafen zurückkehren und Tripolis ist eine dieser sicheren Häfen. Wenn nicht, dann müssten Sie Tunesien oder andere Staaten finden für die Aufnahme. Finden Sie aber nicht. Ja, das ist keine Lösung, was Sie hier vorschlagen. Es ist allerhöchstens das Überdauern einer medialen Debatte, die vor allen Dingen von rechts geführt wird. Und ich finde, das ist unfassbar. Es spottet den Werten, auf denen sich unser Europa gründet. Und die Realitäten anzuerkennen, wirklich dafür zu sorgen, dass Fluchtursachen bekämpft werden und Libyen zu einem sicheren Land wird. Ja. Das wären die Maßnahmen, die vielleicht dazu beitragen könnten, dass das Elend auf dem Mittelmeer gelindert wird. Bis das nicht der Fall ist, ja, gibt es nur eine einzige Antwort, und die ist alternativlos. Und das heißt, Seenotrettung, Menschen in Not auf dem Mittelmeer zu retten. Sie fliehen aus Libyen, weil sie dort schlichtweg nicht mehr existieren können, weil sie so viel Gewalt und Brutalität erlebt haben, dass sie freiwillig in Kauf nehmen, im Zweifel ihr Leben auf dem Mittelmeer zu verlieren. Und das ist eine Realität, die wir anerkennen müssen, wenn wir wirklich Menschenrechtspolitik machen wollen. Die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, die muss endlich ein Ende haben. Sie tun nämlich das, was jeder Mensch tun sollte, Menschenleben retten. Und Sie haben dafür unsere vollsten Solidarität. Applaus Vielen Dank, Luise Amtsberg. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Josef Oster. Herr Oster, bitte.